Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warcraft 2. Alter, ich bin gerade auf den Regler gekommen, jetzt habe ich das übelst laut gemacht. Ja, wir waren das letzte Mal dabei, die Siedlung zu zerstören, haben das auch geschafft. Ich habe jetzt immer noch Ohrenpfeule. Ja, also die Orangene Siedlung ist eigentlich so gut wie zerstört. Ich glaube, ein ganz, ganz kleiner Teil ging noch unten lang. Aber ich glaube, das war nur eine Kaserne. Uns besteht jetzt nur noch ein Gegner bevor. Und das sind die Schwarzen Orks, dort wo die letzte Festung ist. Das heißt, wir müssten jetzt nochmal Truppen sammeln. Und eventuell meinen Plan durchsetzen. Ich bin noch am überlegen, ob wir das machen sollen. Dort vielleicht eine Kaserne aufbauen. Oder mehr als eine Kaserne aufbauen. Und dann mit den Truppen dann angreifen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich bin noch am überlegen, wie wir es machen. Wir nehmen erstmal ein paar Magier mit rüber. Da könnten wir eventuell schon mal ein bisschen was an der Verteidigung machen. Im Endeffekt sehe ich, dass da oben sogar noch ein Bauernhof ist. Das ist jetzt in dem Sinne erstmal nicht schlimm. Von den türkisen Orks, die wir ja schon zerstört haben. Ja, unsere eisernen Reserven halten eigentlich noch gut stand. Muss ich mal kurz gucken. Zerstört erstmal den Hafen. Ich will ja nicht, dass hier nochmal irgendwelche Schiffe rauskommen. Man weiß ja nie. So. Der Rest bleibt auf jeden Fall erstmal auf Position. Die ganzen Schiffe bleiben erstmal da, wo sie sind. Damit meine Seewege erstmal soweit gesichert sind. Ja, jetzt kommt sie an. Ach komm, da hätten durch noch mehr kommen können. Naja, egal. Ich sag mal, wir haben das schon auf ein gutes Maß reduziert, ne. Mit den letzten Angriffen. Äh, mit den Magiern ist aber jetzt mein ehestes Ziel erstmal diese mega, mega, mega vielen Türme zu zerstören. Die mir so auf die Nerven gehen. Versuche erstmal den Bauernhof zu treffen. Vielleicht kommen dann... Na, wenigstens haben wir den sein Magier zerstört. So. Bin am überlegen, ob wir uns das... Ah, die haben alle Blutrausch. Das ist so übel. Wenn ich jetzt meine Massen an Truppen da reinsetze, ist es eigentlich quasi ein Selbstmordkommando. Das können wir nicht machen. Das können wir so nicht machen. Geht mal hier ein bisschen weiter weg, wegen dem Wirbelsturm. Unser guter Vorteil ist auf jeden Fall, dass sie jetzt keine Einheit mehr rekrutieren können. Weil sie haben kein Gold. Zumindest nehme ich das mal stark an. Und hoffe es. Weil bisher kamen da jetzt wenig Drachen, die uns noch angegriffen haben. Könnte für uns sprechen. Das heißt, dass jetzt eigentlich jede Einheit zählt, die wir beseitigen können. Wir haben auch den Vorteil, dass wir noch so eine eiserne Goldreserve noch auf unserer Seite haben. Mit der wir unseren Gegner noch platt machen können. Ich würde gerne trotzdem versuchen, mit den Truppen hier anzugreifen. Und versuchen, so viele wie möglich zu zerstören. Ich hasse die Magier. Jetzt. Merkt ihr, wie übel das ist? Übel. Die haben alle Blutrausch drauf. Da hast du keine Chance. Da hast du wirklich null Chancen. Wir brauchen hier auf jeden Fall viel, viel mehr Einheiten. Aber jetzt ist zumindest den ihr Blutrausch schon zumindest zum Glück erst mal dahin geschwunden. Und wir konnten einen neuen Magier zerstören. Ah, das ist auch schon eine verflixte Sache, ne? Aber es kommen jetzt gleich drei neue Magier. Ach hier, das haben sie angegriffen. Okay. Also die Magier von denen, die haben es wirklich in sich, ne? Also schon mit ihren Skills da, wo sie mehrere Einheiten mit einmal zerstören können. Das übel. Wir brauchen noch viel, viel mehr Magier. Da muss noch einiges an Eisregen fallen, bis wir die in Ruhe lassen können, quasi. So. Wir brauchen hier noch ein paar Truppen. Gute ist, wir haben ja den Seeweg soweit gesichert, ne? Und der schwarze Org oder das schwarze Org-Volk hat ja keinen Zugang zu irgendwelchen Häfen. Weil wir eigentlich im Besitz von dem ganzen Wasser sind, ne? Die sind ja eigentlich ringsherum, ähm, ja, umzingelt von diesem Bergland und können deswegen gar nichts machen. Außer halt Drachen produzieren als einziges Org-Volk. Ähm, was ja auch nicht so ganz ohne ist, ne? Ah. Geht mal hier hoch. So. Ich bin wirklich am Überlegen. Wir machen das jetzt. Ich hatte euch ja gesagt, ich bin am Überlegen, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, eine Zwischenstation unten bei dem Ex-Lager vom Orangen-Urg-Volk aufzurichten. Also das heißt, Richtung Kaserne. Ich weiß jetzt nicht, äh, ich glaube, so ein Hauptquartier werde ich, denke ich mal, nicht brauchen, solange ich die Kaserne so errichten kann. Aber vielleicht hilft das ja schon mal weiter, ne? Also ich werde den jetzt auch noch mitnehmen. An Transportschiffen fehlt es uns ja nicht, ne? So, bleibt mal hier unten. Wir können mal gucken, was hier unten noch da ist. Ja. Noch so ein paar Türmchen. Aber die stellen kein Problem für mich da. Guckt mal weiter. Na, hier ist noch so ein Turm. Aber das gehört schon alles zu dem schwarzen Urg-Volk. Wenn ich das so richtig sehe. Das hat nichts mehr mit den Orangenen zu tun. Das heißt, der hat sich hier unten sogar ausgebreitet. So, unser Schiff ist schon da. Einmal eins voll mit Truppen und das andere voll mit, na, nicht ganz voll, aber halt mit zwei Arbeitern, die unser Zwischenlager jetzt hier aufbauen werden. Ich finde, es ist auf jeden Fall besser, wenn wir direkt von dort aus, äh, Truppen rekrutieren können, ne? Spart auf jeden Fall einiges an Zeit. So, dann fangen wir direkt mal an. Erste Kaserne können wir hier schon bauen und... Hier, so. Wir brauchen... ...noch mal eine Kaserne. Einmal dorthin. Werde hier aus folgendem Grund eigentlich größtenteils nur Kasernen aufbauen, weil das jetzt eigentlich militärisches Gebiet ist, ne? Bauernhöfe und den ganzen anderen Kram kann ich noch überall aufbauen, obwohl ich die jetzt sowieso erstmal nicht brauche bei 62 zu 80. Aber das wird jetzt hier erstmal ein militärisches Gebiet, ne? Mit vielen Kasernen, die, äh, Truppen rekrutieren, mit denen ich dann hoffentlich immer wieder, ja, mit Angriffen nerven kann. Das wäre eigentlich der Plan. Im besten Falle werden wir nicht direkt angegriffen und verlieren alles. Aber ansonsten müsste das eigentlich funktionieren, finde ich. So, wir haben jetzt hier oben quasi die letzten Truppen da. Sehr gut. Mich nervt der Turm da unten. Den könnten wir noch zerstören. Ich weiß, müsste ich eigentlich nicht, aber... Ich will den so ein bisschen immer mal wieder... ...die Grundlage nehmen. Wartet mal. Du kannst mal noch eine Kaserne bauen. So, gleich mal noch ein paar Truppen mit. Und du baust auch mal noch eine Kaserne. Vier Kasernen müsste eigentlich erstmal reichen, um hier immer wieder neue Truppen nachzusetzen. Und unsere Truppen somit zu stärken. Ohne die jedes Mal übers Wasser ranzuholen. Ich hätte mir jetzt noch überlegt, ob ich eventuell hier oben noch so ein Zauberturm mitbaue. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Müsste man gucken. Könnte man auf jeden Fall auch in Erwägung ziehen, ne? Weil Magios sind ja jetzt kostbar, ne? Kosten zwar enorm viel Gold, aber... Können schon enorm viel reißen. So. Speichern das Ganze erstmal ab. Nicht, dass das Spiel abstürzt. Sehr gut. Hier wird jetzt noch alles aufgebaut. Ich will das Ganze ja hier so ein bisschen sichern. Für die Allianz. Sie greifen uns an! Ja, ihr seht, ab und zu... Kommt doch noch ein Drache. Aber... Hä? Erledigt. Oh, der jetzt so schnell tut? Ich hab zumindest keinen gesehen. Bauen wir jetzt trotzdem nochmal noch so einen Zauberturm, ne? Also Zauberer sind hier ja wirklich viel wert. Und die möchte ich einfach nicht missen. 26.500 Gold ist unsere eisene Reserve. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal alles drangeben, mit wenig Aufwand viel zu zerstören. So, Zwischenlager ist auf jeden Fall errichtet. Eben mal schön drauf. Sehr schön. So, du kannst mit runter. Versuchen jetzt mal mit Katapulten einfach mal den Turm da unten zu zerstören, statt die Mage zu verwenden. Weil da unten dürften ja jetzt eigentlich keine Bodentruppen mehr sein. Können wir sich so noch ein bisschen provozieren. Oder zerstören erstmal die Kaserne. Also von hier oben kommt zumindest schon mal keine Truppen nach unten. Kommt die jetzt her? Mein Herrscher für die Allianz. Jetzt machen wir die Platte, jetzt reicht's mir ja. Los. Ich sag's immer wieder. Ihr seht, wie viel dieser Blutraut eigentlich anrichten kann, ne? Na, geh gleich mal hier mit ran. Dadurch, dass die hier runtergehen. Ja, ein paar haben wir schon zerstört. Ich sag's ja, also wir verlieren jetzt zwar auch einige Truppen, aber jede Einheit, die wir hier zerstören, ist ein Weg weiter zum Erfolg. Ihr merkt, wie wichtig die Zauberer sind. Definitiv. Gleich mal drauf. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Magie. Definitiv. Schnell. Haut nochmal ordentlich Magie raus. So, hier gleich angreifen. Schnell. Das lassen wir uns nicht gefallen. Ordentlich drauf. Der muss weg. Sehr gut, wie der Magie zerstört. Achso, ich wollte schon sagen, ist da jemand unsichtbar? Ne. Ich bräuchte eventuell Magie mit viel, viel Mana. Wegen der weiteren Türme. Komm mal mit hier runter. Es stehen nicht mehr viele Türme und es stehen auch nicht mehr viele Einheiten. Das heißt, wir haben unsere Gegner jetzt schon so gut wie besiegt. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, finde ich. Wenn wir da jetzt noch so ein bisschen nachlegen, könnten wir aber eventuell schon sehr bald einen Erfolg erzielen. Nein. 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 Ja, das war eigentlich so nicht geplant. Ach Mann. Ich wollte den einfach bloß noch umsetzen, damit er nicht angegriffen wird. Jetzt habe ich mir ein eigenes Ei gebraten. Ja, gleich mal weg. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Truppen, um dem Ganzen den Rest zu geben. Also, wir sind ja jetzt quasi so gut wie durch. Ja, jetzt fehlt halt noch ein bisschen das Gold. Ihr seht, das ganze Lager ist so wie leer. Ein Magier ist noch drin. Der Rest sind größtenteils Wachtürme. So, das Katapult machen wir noch platt. Und den Rest haben wir eigentlich so gut wie zerstört. Einmal mit runter. Ja, Katapult, da brauchen wir noch mal ein bisschen Gold. Die müssen da unten noch kräftig sammeln. So, du könntest eventuell, oder ihr beide, damit runter und die nächsten Türme zerstören, dass wir einen Schritt weiter zur Festung kommen. So, da gucken wir mal, ob das so weit klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, du machst das Ganze mal hier wieder. So, da gucken wir mal wieder ein paar Türme zerstören. Du kannst erst mal zurückgehen. Jetzt holen wir mal dich. Du zerstörst den nächsten Turm. Oder erst mal den Turm, der da nur brennt. Also, sie haben wirklich kein Gold mehr. Sonst hätten die schon längst ein paar Orks gemacht, die die ganzen Brände da so ein bisschen beseitigen. Aber das ist ja nicht der Fall. Hier brennt die ganze Außenfront und die können nichts machen. Los, mach'n glatt. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Das hat wunderbar geklappt. So, jetzt nehmen wir noch die Katapulte mit. Die können ja eigentlich auch noch mal einiges zerstören, ohne dass wir jetzt viel, viel Mana verbrauchen werden. So, da wir jetzt die ganze Außenfront hier erst mal von Türmen freigeräumt haben, können wir das erst mal zerstören, was hier brennt. Bevor wir Richtung Festung gehen, die ja immer noch sehr, sehr gut bewacht ist. So, brauchen wir brauchen nochmal Magier. Definitiv. Jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt wird's definitiv spannend. Also, wir müssen nur noch diese Türme da wegjagen und dann haben wir es quasi zur Festung geschafft. Ich trau' mich aber nicht, äh, mit meinen normalen Leuten jetzt da anzugreifen. Na gut, da steht eigentlich nur ein Turm. Aber ich möchte es eigentlich vermeiden, dass jetzt nochmal so viele draufgehen. So, sind hier eigentlich noch welche? Na gut, die können noch mit rübergebracht werden. Sehr gut. Euch brauche ich auf jeden Fall. Gleich mit runter. Und dann könnt ihr mithelfen, die letzten Türme noch mit zu zerstören. Du kannst auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter gehen. Da oben ist noch ein Turm. Eigentlich der vorletzte, vorvorletzten, also der vorletzte Turm. Dann fehlt nur noch einer. Und dann haben wir es eigentlich zur Festung geschafft. Ohne da irgendwas an Problemen zu bekommen. Wisst ihr was? Ihr könnt eigentlich quasi... Moment, zerstören wir das hier unten nicht, dass da irgendwas kommt. Reicht. Der kann jetzt quasi schon Unbeschadetes angreifen. Ihr macht jetzt mal volle Kanone auf die Festung. Du auch? Volle Kanone auf die Festung. So schnell habt ihr noch nie eine Festung zerstört gesehen. Es fehlt ein Mana. Alle haben ihr Mana aufgebraucht. Jetzt zerstört das Ding. Jetzt ist es mir auch egal. Alle auf die Festung. Also der Turm da hinten kann uns zum Glück nicht sehen. Sie wünschen? Sehr schön. Sie greifen uns an? Jetzt müssen wir eigentlich quasi die Mission geschafft haben. Das sind eigentlich nur noch die letzten Posten, die hier da sind. Ach nein, wir müssen jetzt noch die Leute mit rüberbringen. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich war jetzt so vernarrt auf die Festungen. Ja, wir müssen eigentlich nur noch die zwei zurück zum roten Kreis bringen. So, ihr zerstört das hier alles schön. Und die anderen zwei, ich sehe schon, da oben am Radar, die gehen erstmal in aller Ruhe zum Schiff. So, dann einmal hier hoch. Ohne Gefahr zu laufen, dass da irgendwas kommt. Da wir ja alles schön freigeräumt haben. Ah, unsere Goldreserve hat zum Beispiel auch sehr, sehr gut gehalten, muss ich sagen. Also da gab es nichts zu meckern. Ihr könnt eigentlich den Rest zerstören. Aber was ich nochmal sagen wollte, ihr seht eigentlich, die Aufgabenstellung klang für den Anfang sehr, sehr leicht. War es aber im Endeffekt nicht. Wir mussten wirklich alle Orks eigentlich beseitigen. Ich glaube, einer fehlt. Ja, wir haben es geschafft. Sehr gut. Speichern das Ganze ab. Nach so vielen Parts haben wir endlich diese schwierige Mission geschafft. Ich bin glücklich darüber, dass es endlich vorbei ist. Oh Mann, ihr seht die Statistik. Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Ich sage bis dahin, euer Party und ciao. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.